Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Nikolaus was für mich, lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Ja, jetzt geht es zu einer Familie, ich glaube, dass da mehrere Verwandte zusammenkommen, vier, fünf, sechs Kinder, was ich jetzt weiß, sind das alles eher kleine Kinder, die jetzt noch nicht so Bescheid wissen und jetzt schon, wie sie darauf reagieren und nachgehen, dass sie keine Angst haben. Der Nikolaus soll ja nicht Angst machen, sondern soll Freude bereiten. Es wird halt, je nachdem wie alt sie sind, eine Geschichte von Nikolaus erzählen. Wenn sie jetzt klein sind, ein bisschen weniger natürlich, weil sie es nicht so verstanden. Also so ist irgendeine Legende. Und ja, ich will ihnen halt zeigen, warum wir da sind, dass es der Namenstag vom heiligen Nikolaus ist und dass das eigentlich ein kirchliches Fest ist. Und der heilige Nikolaus, dass der jetzt halt den Abendstag hat und darum feiern wir den, oder? So, so, Lukas. Oh, Lukas. Und beide Händle. Und Julia. Und Julia. Danke. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Danke. Danke.